Jo, mein Name ist Abbas für 16 Bars. Ich bin ziemlich stark auf dem Trap-Film hängen geblieben und das schon seit ein bisschen länger. Dementsprechend höre ich sehr viel amerikanischen Sound. Bin aber auch sehr krass auf einem französischen Song hängen geblieben und zwar von Bubar, der heißt RTC. Ist produziert von einem amerikanischen Produzenten auch, von Young Chub. Sonst höre ich ganz gerne momentan Excuse My French von French Montana. Geile Songs auf dem Album drauf. Und um auch nochmal was Deutsches zu nennen, ich finde den Casper-Song auf dem Kollegah-Album sehr, sehr geil. Karate, also der Casper-Part, killt absolut alles momentan. Das würde ich sagen, sind so die drei Sachen, die ich momentan am liebsten höre. Das war's. Das ist mein Thema. Das war's. Das war's. Das ist mein Thema. Vielen Dank.